Willkommen zu einer neuen Folge und heute sehen wir mal wieder, wir sind SkyWarsRow Leute So Leute, auf jeden Fall, ähm, ja, heute haben wir mal ein Thema, Leute, das ist eigentlich, ja, schon nice, Leute Leute, bevor das Video beginnt, schaut unbedingt bei meinem Short-Kanal vorbei, da ist es ein bisschen gezielter Alles klar, was ist denn los, Leute, hey, wo ist sie? Sehr wahrscheinlich ist sie hier, ja, hey ophobia boas icio opamie ah naaaaiiiiii so Leute! es ist okay da gehn wir jetzt rüber Euhnaaa RPG ILTER haha ich wollte da nicht mehr rüber Du bist böse, Alter. Du bist tot. Alter, was ist los? Was? Ja, okay, ja. Ähm, rip. Nein. Ja, Leute, das sind einfach die besten Leute, die sich so wie kleine Kinder benehmen. Jetzt eingeblendet. So, Leute. Auf jeden Fall ist das halt dann so. Ich war da eben mit dem zweiten Account jetzt. Hab ich mir so geschrieben. Digger, nice Video habe ich einfach geil gefunden. Ne, Leute. Ah, bevor ihr denkt, äh, Digga, wieso, was ist mit deiner Rechtscheiben los? Du kannst voll nicht gut schreiben und alles. Ich habe dir das nie daumen, Leute. Jetzt kommt's, ne, Leute? Er ist der Beste, Leute. Wenn es du so geil findest, warum likest du nicht oder abonnierst mich nicht, Digga? Ey, erstmal, hat jemand irgendetwas gesagt von, ich finde es geil, dass ich es liken muss oder abonnieren muss. Ich finde es einfach so geil. Wisst ihr, Leute, ne? Das sind die größten Spassen auf YouTube. Okay. Ja, ich schreibe es so. Hä, hab ich doch, ähm, Like schon. Okay, das war ein bisschen falsch formuliert von mir. Und er schreibt so. Was soll ich liken? Äh, weißt du? Alter, was ist mit ihm los? Ne, echt jetzt, Leute? Wer findet ihn auch dumm? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ne, ich schreibe dann so. Alter, sorry. Ich habe, ähm, schon geliked. Plus, was ist mit dir los? Äh, Abo geil. Ja, ich weiß. Alles Schreibfehler, ne? Dann schreibe ich. Alter, bist du mich... Ähm, du hast ein Abo und, ähm, äh, du bist ein Abo und Like geil. Oh, fail. Alles klar, Digga. Mein Deutsch ist echt scheiße. Ich wollte da Like geiler schreiben. Ja, rip. Alles klar. So, Leute. Das war's dann mit der Folge. Tut mir leid, falls es auch wieder mal kurz wird. Es tut mir echt leid. Aber zurzeit habe ich so viel Schulstress, Leute. Ihr bemerkt ja auch an dem, dass nicht so viele Videos kommen. Das war's dann mit der Folge. Ciao, Leute.